das könnte ich mir zu einem geht da habe ich schon so viel aufgenommen und sicher eigentlich schon drei Wochen Puffer habe und das mit jeweils zwei Videos pro Woche also von daher nein es sind doch drei Wochen ich habe drei Wochen Puffer jetzt schon wir haben den 6.8.2018 und ich habe tatsächlich schon so viel Puffer das ist eigentlich krass naja egal jetzt mal auf zum Rennen hier GT Serie da haben wir die deutsche Meisterschaft da gibt es tatsächlich auch drei Rennen einmal für 216 216 HP einmal 295 und einmal bis 450 PS ich glaube die haben das wirklich mit PS gemessen was ja eigentlich auch Sinn macht nur haben sie leider hier HP genommen warum auch immer so Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist momentan kein Problem, ich denke, ich könnte auch gegen 300 PS starken Fahrzeuge antreten mit diesem Fahrzeug hier. Aber die hohe Klasse wird dann ein bisschen schwieriger. Da werden wohl auch ein oder zwei Rufs antreten und da möchte ich da schon gewappnet sein. Natürlich könnte ich auch mit einem ausländischen Fahrzeug fahren, aber gerade diese Serien will ich auch richtig abschliessen. Und richtig abschliessen bedeutet für mich, dass ich halt auch Wagen nehme, die da gut hinpassen. Weil bei Grand Sysmo 3 gibt es dann diese Regeln. Da werden sie dann viel besser eingehalten. Da will ich eigentlich auch hin. Das ist übrigens ein Cabriolet, das heisst, ich kann bei den Cabriolet-Rennen noch damit nicht machen. Das heisst, solange er nicht klein modifiziert ist. Ich finde, für diese Strecke passt es viel besser im Moment. Das Fahrzeug, das Fahrzeug, vorher auf Tahiti Road, hatte ich da schon ein bisschen meine Probleme. Aber es reicht. Aber es reicht. Sehr schön. V2.0 und V2.0 und V2.0 und V2.0 und V2.0 und V2.0. Und ein CLK 200. Okay. Interessant. Das sind mal 4000 fürs Erste. Gut, also. Dann das zweite Rennen noch. Bis 300 PS. Wieder auf Deep Forest. Glücklicherweise eine Strecke, die ich gut beherrsche. Jetzt habe ich mir nicht auf die Gegner geachtet, aber man sieht zumindest auf der Geraden, dass sie einiges davon ziehen. Nur merke ich, dass ich trotzdem noch mithalten kann, zwar mit den Kurven. Nur merke ich, dass ich trotzdem noch mithalten kann, zwar mit den Kurven. ZD6.0 und V2.0 und V2.0. Und aus! So? Und aus! Oh, now the S-Tresor is all set. 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 Ja, Rasen kann man natürlich auch mitnehmen, warum nicht? Zum Glück hatte ich schon genügend Vorsprung. Vectra, S3, Golgeti, CK-23. Ja, und dann könnte ich natürlich noch kurz nachschauen, was beim letzten Messerschafter noch so viele Gegner mitmachen. Weil wenn es einigermassen machbare Gegner sind, lege ich mich schon mit denen an. Ansonsten warte ich halt einfach bis ich ein besseres Auto habe. Also, schauen wir uns mal an, was hier so für Gegner antreten. Da muss man gar nicht weiter diskutieren. Dafür ist mein Fahrzeug zu schwach. Da muss ich ein besseres haben. So, natürlich gibt es noch die Europa-Serie und die Pazifik-Serie. Und da geht es bis zu Fahrzeugen mit 600 PS. Gut, aber zuerst gehe ich mal noch zu den Spezial-Rennen und schaue da mal, ob wir da beim Cabrio-Rennen irgendwas machen können. Bei Tahiti Road ganz sicher. Vielleicht auch auf dem Grindelwald. Für Trial Mountain muss ich aber da schon ein Auto haben, das deutlich besser als Cabrio ist. Also. So. 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 Auf jeden Fall früh genug. Lotus Elan, noch ein Lotus Elan. Dann haben wir noch einen Toyota MR2. Vielleicht gewinne ich ja dann ein Auto, das relativ gut ist für die Cabriorennen. Gründermailte.com Das war's schon. Das dürfte in diesem Fall eigentlich auch für die 350 PS Klasse reichen, auch mit dem Auto. Vor allem mit dem Windelbau eine weitere Strecke ansteht, die ich ziemlich gut beherrsche. So, sehr schön. Der ist von 1990, der Elan. Wow, interessant. Ich dachte, der wäre jünger gewesen. Ich habe mich hoffenbar getäuscht. Nun denn, soll es so sein. Schauen wir zuerst mal, was sie da für ein Auto gewonnen haben. Der ist unter PS-Leistung etwas schwächer. Schade eigentlich. Ich hätte ihn jetzt gern genommen. Daher wieder zum Rennen. Dann machen wir gleich noch das zweite Cabrio-Rennen. Auf dem Grindelwald. Mal schauen, was wir hier für Gegner haben. Ja, sollte eigentlich alles noch machbar sein. Sollten eigentlich alle noch machbar sein. Na gut, ich hätte doch mit dem S2000 teilnehmen können. Fällt mir gerade auf. Warum ich das so unbedingt mit dem SRK machen muss, das geht mir jetzt gerade nicht in den Kopf. Also ja, als erster Rennen hätte ich es ja sowieso mit dem SRK machen müssen. Aber jetzt dieses hier definitiv nicht. Was hätte ich denn das S2000 nebenmüssen? Warum habe ich mich daran gedacht, meine Klasse? Warum bin ich so blöd? Dem werde ich nicht so hoffnungslos unterlegen. Oder auch mit dem ConceptK hätte ich auch antreten können. Geh weg! Ja, das hole ich nicht mehr auf. Ziemlich sicher nicht. Und jetzt, wo mich der ersten Kausel so noch aus der Spur gebracht hat, erst recht nicht. Ja, 3,1, das hole ich nicht mehr auf. Vor allem nicht nach diesem Abschnitt. Viel zu vorsichtig die Fahrweise. Das ist kein Wunder, reicht's nicht. Mann! Da war ich richtig dämlich. Mensch, regt mich ja richtig auf. Ja.